Herzlich Willkommen zurück, liebe Leute, das ist nun ein Part von Let's Play Go Vacacen. Wir sind jetzt bei einem Hunde-Experten, der uns oder mir mit meiner Mira offensichtlich was erklärt oder auch nicht. Egal. Wollte ja keine Lust gehabt. Ja, wir suchen uns einfach die nächste Sportart mal, die wir machen. Adonix Hunde-Experte, vergiss das. Schau mal, die will bespritzt werden. Die Frage ist, wo sind die anderen uns noch fehlt den Sportarten? Soll ich auch noch mal, ist das auch mal so, die Sportarten? Kannst du machen. Hast gerade den Schuh kaputt gemacht. Nö, ich bin mir ein Satives angefallen. Du Liegner, du. Ist so. Kann jeder sagen. Sagen sie alle und dann sind sie. Äh, frustriert. Oder auch Prostituierte am Strich. Wir sind jetzt aber die anderen Sportarten. Ich hab keine Ahnung. Ich such grad selber. Ah, ich bin rot. Ich fahr grad auf irgendwas so. Ich bin zwar rot, aber naja, du bist blau. Echt? Ja. Schau, ich kann mich hier nämlich drehen. Ja, du läufst hier auf eine neue Sportart. Äh, ja, ich weiß. Ja, da hinten. Siehst du da? Ich seh es. Da blinkt was. Digga, fuck, denkst du echt? Hier. Ich hab's nicht gesehen. Ah, der Pleps ist ein Anfall. Wer? Das blinkt nicht. Oh Gott, nein, da darf man keine Witze mehr machen. Tut mir leid. Hab das gerade erst dran gedacht. Kannst du Witze machen, denkst du, das juckt mich. Ja, gut. Ich glaub. Da hab ich wenigstens ne Ausrede, wenn ich mal feiere in nem Shooter. Ist mein App hier irgendwie, da kann ich nix dafür. Ich hab ja nicht gesehen, du hast irgendwie gegensein. So, aha, aha, da so was musst du gern sehen, ne? Äh, so, Conor-Korne-Insel, ja! Ja! J-ja, ja! G-j-j-g-go! Also, immer wieder es DAS sehen werden! beginnt jetzt gleich der totale vernichtung schlag die werden das jetzt was machen ich was zum fick alter gibt es immer verdrückt zu paddeln ja ich weiß was das jetzt ist wir müssen surfen ja aber dachte dass das herrscht und siehst du müssen dahin gehen schon mal hier blinkt nämlich was die aber mal ziehen wir reden mit dem bauern so hoffentlich lustig ein paar aktivierten teils nehmen ja so als ausgutzer situationen die man die man keine rückschen machen kann wenn es uns mit seiner familie geht und juckt ja so was ist man wie motiviert wieder aussehen also ich habe natürlich beim surfen bei normalen sachen an ich doch auch ist ja normal was muss man ist ja normal was du bist dran vielleicht nicht hoch zu öffnen satz in die welle rein aber naja was zum fick machst du da gerade springe das ist dann die welle reingehen und nicht den bord komplett durchnageln er schützt bis in der welle drin ja wie soll ich mein kontroller so spüren so oder nagel sind durch wieso ist richtig so da ja schon darum oben siehst du es ja ich weiß so nicht was du machst aber anscheinend machst du es richtig wie viele punkte braucht man ja es ändert nichts daran du hast noch immer wie über 40 sekunden du musst mich verarschen schaffst du sie wenn es nur 100 sind es war mal geraten wie einfach an minecraft ok sonst kommt immer leute nahe die fortnetz spiel könnte ich habe es nur um das einfach mal gehabt zu haben das ausprobieren aber es ist also es ist schrott ja es ist schrott gott erst erstens ist das spiel nicht gut und zweitens läuft auf das ich hab das neulich mit einer freundin gespielt einfach null palette fort ne aber da wir mal ich sollte wie viele kills hier hinbekommen dass wir erst grottig auf das wird es ja es ist auch grottig auf das switch hast du auch 150 bekommen oder so ist weiß dass sie ist kann auch sein ich fand es jetzt vergackt die heißt eine ordnung die heißen vier vier hast noch in ordnung überspringen ich habe absolut kein plan wie das einfach macht wahrscheinlich werde ich schlechter sein doch ich bis jetzt noch kein plan auf wie der scheiß funktionieren soll ich hab einfach zuletzt irgendwas gemacht ich würde nur das machen also anscheinend ja wenn du das machst dann kannst du es mit der zeit und allen drüber dran kann es doch besser sein tatsachen ist der problem ist bis grad ich bin halt hier in der welle macht auch mal der punkte für ich bin auf jeden fall schlechter als du und auf jeden fall schlechter als das könnte knapp werden was krieg ich glaube ich habe gewonnen wir beide d ach ich bin ein punkt vorne ja ich habe es auf ganzer linie gerissen ich habe es auf ganzer linie gerissen ja gut gemacht es werden dadurch erzählen wir uns für sportarten machen dort noch dieses das ist das ist das diese komische motorbike das habe ich zuvor irgendwo gesehen das ist klar noch mal im nächsten part ist das quatsch da ist stand quatsch oder was ja dann suchen wir ja wir machen das stand quatsch und dings und danach gehen wir erst mal in city resort im übernächsten part dann oder vielleicht im nächsten zorn ja 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 ich war nix im sns hat wissen noch nicht hier und wir machen die part alle drei fehlen sportarten das macht viel mehr sinn sowohl squat resort und was ist das jetzt hier ich habe anscheinend irgendwas was wir noch nicht haben das aber freiwillig oder ja anscheinend weil es war nicht bei den sportarten dabei oder dann ist ja dann machen wir das nicht weil wir waren nur das was wir machen müssen also jetzt wüssten wir es auch nicht aber was auf der liste ist so wir wollen es nichts haben oder geht ach man kann hier niemand kann nicht irgendwie auf b die welchen sie resort gehen ich glaube das sind nämlich einen sportarten auch und was im resort ich glaube das war beim resort was wir suchen wird bestimmt hier alles auf der insel auch geben aber immer mal ein foto das macht keinen sinn wir suchen jetzt was jetzt lass das scheiß foto weiter das heißt also ich glaube dass es eher beim resort ist persönlich kann schon sein die war was im resort zurück und ja eine sache möchte das mal schauen ich kann man nicht essen dass man das ist was man essen kann das schon was es ist was soll man es hier gibt sieht aus wie ein eiswagen kokosnuss wohl eher kokosnuss vielleicht gibt es die trinks mal sehen kokosnussmilch vermutlich mal oder kokosnusswasser wie auch immer ja ich trink grad kokosnussmilch kokosnusswasser willst du auch was trinken es ist kokosnusswasser nicht milch sorry ja willst du auch was trinken ne du ok find ich cool dass wir sowas gedacht haben so ne mein vortrag wäre wir gehen zum resort zurück und da willst du noch ein bisschen am strand umgammeln weil mehr gibt es hier glaube ich nicht ich schau grad deswegen ich darf das eine blinken was wir bei uns halber nicht machen müssen oder einfach nicht machen wir da ist eine schildkröte so schauen wir stehen auf eine schildkröte die schildere eier und zieht mich nicht mal mit siehst du das ja gehen wir zum resort zurück ja was soll ob uns ist da weiter hilft ja wenn nicht fangen wir gleich mit einem anderen an ja naja dann bald finden wir schon noch ich würde es eigentlich gleich ins resort ich will dann anders scheiß nicht mehr machen man hat jetzt von allen schon was gesehen was jetzt kommt man hat eigentlich schon alles gesehen deswegen x aber das eine war ganz nahe ist das ist doch kommen was jetzt endlich zum dinge warte mal da bringt irgendwas ich weiß nicht mehr ist aber jetzt gehen wir zu restinformationen ich glaube da kann uns auch weiterhelfen das hier ist heute ist einfach das was am meisten zur urlaubstimmung macht bei dem strand und so weiter weißt du ja mal so drüchten informationen ist quad das ist irgendwas machen wollen ja war das dann da jetzt quad tricks ist es dann da wo es ist warte ich gehe mal kurz hin wir müssen mal durch auf der karte siehst du wie du hingelangst ach ist das was da markiert ist oder ja gut dann jetzt ich bin schon mal auf dem quad ich fahr da mal hin okay gut ich lauf dir mal gemütlich hinterher ich bin schon mal weg die laufen ganz falls die Richtung wir müssen ja ich sollte vielleicht da lang fahren aber es gibt mir das zu messen macht das können wir uns sind was es hier auf dem Weg gibt Wenn du den Weg raust, oh, was ist denn das? Ah, Eis. Haps. Wuhu. Der ist mal gegengefahren. Natürlich was sonst. Ja, ist erst mal ein Eis fertig. Won. Won hit. Und sind jetzt bei den Trucks. Okay. Fakke, möglichst viele Drecks, um zu gewinnen. Okay. Sollen wir uns das mal an? Meinetwegen können wir uns den Triathlon vielleicht sparen. Ja. Den brauchst du nicht unbedingt. Jetzt hätten wir nämlich eigentlich alles. Der Triathlon vermischt ja eigentlich nur noch. Es macht eigentlich kein... Der Triathlon in Anführungszeichen. Es sind halt drei Sportarten. Es macht eigentlich keinen Sinn, die zu nehmen. Wir sollen 50 Punkte machen. Äh. Das war jetzt... Du kommst auch nicht mehr hoch. Du kommst nicht mehr hoch. Das macht keinen Sinn mehr bei dir. Fahr auch einfach rein. Mach start mal nochmal von vorne. Okay. Ja, moin. Dong. Ich weiß halt echt nicht. Ja, gehen wir mal überspringen. Machen wir es mal nochmal. Ich probiere, was nochmal auskommt. Ja. Ach so, wie das jetzt funktioniert. Ich weiß es nicht. Probier mal aus. Äh. RT. Mit dem kann man in der Luft steuern. Ah. Ich verstehe es. Wie? Kann man mit dem in der Luft was machen. Ja. So was hier. Was mir aber... Ach, das gibt mir Punkte. Aber allerdings habe ich es jetzt nur 70. Oh, ich habe es mal gesurft. Ah. 100. Gut. Ich habe es doppelt was von gegeben. Sick. Nice, nice. Ich will mal einfach durchgehen und so in der Luft gedreht. Darf ich aber... Können wir nochmal machen? Ich will mal kurz was ausprobieren. Ja, ja. Wir haben noch Seitenpart. Ich wollte nämlich eigentlich noch was ausprobieren gerade. Jetzt machen wir es nochmal. Aber wir haben es jetzt geschafft. Von dem her kann ich es jetzt ausprobieren. Ja, ja. Alles gut. Könntest du erstmal machen, was du willst? Äh. Ich probiere mich zu verbessern. Nächste Flusspringen. Da erst springen. Ich habe 72. Zwei Punkte besser. Oder? Wieso ist hart jetzt hier? Will man 100 Punkte schaffen, sagen wir, weil wir zwei sind. Oh. Wozu wissen? Ich habe es mal nicht geschafft. Ich auch nicht. Ich habe gerade dezent verkauft. Ja, aber im ersten hat es ja immer überhört. Ja, ja. Ich wollte was ausprobieren. Ich habe versucht, aber mit dem in der Luft irgendwie lenken kann. Deswegen. Ja, aber ist auch egal. Ja, egal. Wir haben es ja geschafft. Nee, deswegen wollte ich jetzt noch ausprobieren, ob das jetzt geht oder nicht. Wirst du fertig dann? Ja, ich wäre fertig. Gut, du musst du abdrücken, weil du bist noch... So, aber jetzt sind wir ja zufrieden. So, mein Vorschlag wäre, bevor wir den Partys in drei Minuten beenden, nochmal ein kleiner Durchblick über das ganze Resort. Und dann machen wir das der Resort vorbei, weil das ist ja auch in 1, 2, 3, 4, 5, 6, ein Part oder so. Äh, müsste genug sein für dieses Resort. Schau, jetzt hätten wir noch das letzte. Denn bis auf den Triathlon haben wir mehr oder weniger alles gesafft, weil es genug ist für dieses Resort. Und Triathlon lassen wir aus, weil es ist unnötig. Braucht man nicht. Also, dann fahren wir mit dem Squad noch zurück. Gar nicht bis hin. Wohin? Keine Ahnung. Wollen wir doch ein bisschen so rumfahren, das hast du vorhin, Leute kaputtfahren, was auch immer wir wollen. Habe ich schon oft genug gemacht, brauche ich nicht mehr, also von mir jetzt können wir jetzt das Paradies verlassen. Pass heute mal an, das ist doch geil von der Graficke an allem, ne? Man kann auch so Punkte fahren, man. Noll, ich bin über die Klippe gefahren. Nolli, ist ne richtige, hier gibt's ne richtige, ähm, Strecken dafür, ne? Ja. Ich hab mir auch gerade mit anders begegnet. Ich weiß ja nicht, was man mit den Punkten anfängt, aber naja. Na gut. Und vorstagen, das war's soweit, ne? Haben wir eigentlich alles gesehen in der Insel, was es gab? Hm, ja. Das, ja. Heißt du, das Wichtigste, ne? Das Wichtigste, halt, ja. Ja, das ist das, was wir wollten. Und ihr sollt jetzt auch einen Einblick davon bekommen, aber den sollt jetzt auch haben, liebe Leute. Ähm. Lol. Ah, es stürzt, glaube ich, ab, oder? Nö, es stürzt ab. Bin gerade über den Gekko drüber gefahren, ja, moin. Ich bin gerade über Jörg und Hundebohr gesprungen. Schon hab ich's nochmal schaffen. Lol. Alter, man spricht einfach auch mit runter, ja, moin. Weißbring aber mal ne 3 Meter Klippe runter. Moin Probleme. Oh nein, ich sollte hier nicht runterfahren. Das tut mir nicht gut. Ding, son. Ding. Schau mal, was ich kann. Ich kann an Leuten mich hindocken lassen. Schau mal, was ich kann. Cool. Ich kann noch zwei Reifen fahren. Wie das? Wenn du LT drückst. Ja, moin. Ich sehe es auch gerade. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Und da bin ich wieder am Strand. Eigentlich ganz tricky, wie gesagt. Ja. No, Leute, was war denn das Boot eigentlich normal? Schnellreise. Was konnte man damit machen? Schnellreise immer noch. Einfach rumfahren, oder wie? Ja, schnell irgendwo von A nach B kommen. Nö. Ja, Leute, das war's mit dem Part. Und im nächsten Part geht's los mit dem nächsten Resort. Vermut ihr das Stadtresort? Oder was machen wir als nächstes hier in der Stadt? Ich würde jetzt erst die Stadt nehmen, weil wir uns jetzt erst freigeschalten haben. Wollte ich auch sagen. Demonstraßen sind wir mal zum nächsten Part wieder im Stadtresort. Wisstens, macht's gut, bis dahin. Und ciao! Schau mal, was ich kann. Schau mal, ding. Schau mal hin, Alter. Ich rass so übers Wasser. Ja, alles. Also ciao, bis zum nächsten Part.